Hi Leute, wir sind jetzt hier in Saarbrücken im Devil's Place und werde heute Abend eine Runde für euch zocken. Das ist der Laden. Und für mich mein dritter Gig. Ich bin gespannt, wie es gleich funktioniert. Ich bin ein bisschen nervös. Komischerweise nervöser als vorher auf die große Bühne. Du musst nicht nervös sein. Noch bin ich nervös. Es ist eine gemütliche Runde hier. Nicht zu viele Leute da, aber auch nicht zu wenig. Wird ein schöner Abend. Wir freuen uns drauf, oder? Cheers! Hell yeah! Cheers!